Hallo Leute, herzlich Willkommen zurück zur Angst auf Englisch. Mhm. Ah ja, da war was. Oh ja, da war was. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Habe jetzt eine Weile nicht mehr aufgenommen. Und hatte vergessen, wo ich war. Nämlich da. Geh ein... Nein. Pless. Unterlassen Sie dies. Pless. Ich habe dich gesehen, Junge. Wie kriege ich das abge... Find a wealth. Ja. Ich finde ein... Au. Au. Unterlassen Sie dies bitte, freundlicherweise. Oh hey, ich habe Leben bekommen. Äh. Ich hoffe, die Audio passt jetzt besser, als sie es vorhin getan hat. Moment, wo zum Fick geht dieses Ding lang? Okay, doch, dahinter. Okay, er macht noch weiteres kaputt. Der dumme Arsch. Wo? Pressen holt. Okay. Mache ich es diesmal direkt richtig. Oh. Nein. Unterlassungs, bitte. Unterlassungs. Jesus. Ja, okay. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das ist cool zu wissen. Danke. Dann gehe ich halt da raus. Hat jetzt viel gebracht, ne? Ah. Was lachst denn du so blöd, wenn ich dir in die Fresse schieße? Moment, ich habe. Au. Das hat actually meinem Health geschadet. Flip Cover. Okay. Habe ihn runtergeflippt. Das ist auch schön. Dachte, das wäre der Geist. Mal kurz ein bisschen lauter auf meine Ohren. Alter, ist das leise hier, Alet. Da habe ich ja richtig Angst, dass ein Pegel zu laut ist. Ah, das ist ein... Ja, habe ich schon voll. Okay, gut. Yay. Bringt mir nichts. Danke. Could you... Not? Ah. Ich rieche... Kugeln. Die bald durch die Luft fliegen. Moment, wie ziehe ich nochmal? Äh... N. Nee. Z. Habe ich gerade ein Mat-Kit verwendet? Habe ich. Fuck. Das war Z. Da war ja was. Irgendeine Taste... Alt? Alt. Okay. Ah. Die? Thank you. Du wirst auch noch sterben. Ja, die Cover hat jetzt viel gebracht, um zu schmeißen, auf jeden Fall. Sind noch mehr? Au. Ja, da. Da. Zeig dich. Danke. Hast du geglaubt, ich seh dich nicht, oder was? Du glaubst, dass ich keine Augen habe, oder was? Äh, Mausempfindlichkeit wäre runterstellen hier. Hm. Komm mit, Schau... Äh. Nein. Verlassung. Was habe ich denn an Waffen momentan? Äh... Nagelkanone. Shotgun. Flammenwerfer habe ich. Hm. Nee, dann gehe ich mal pass das so. Ja, Submission-Gam brauche ich jetzt auch nicht. Hey, da ist irgendwas zum Lesen. Wer möchte, kann wieder lesen. Muss wieder pausieren. Joa. Ich drücke immer zu auf das Cape. Auch noch keine Waffe, die mir was bringt. Auch nee. Aber das Leben bringt mir was. Hier. E. Ich halte meine Maus mal, äh, meinem... Oh. Hab meinen Daumen auf G gehalten, weil ich dachte, da könnte jemand drin sein. Mit Granate reinballern, aber... Nur ein bisschen Blut. Vielleicht war da mal einer drin. Das juckt mich dann aber nicht. Oh. Tiny little problem. Okay. Unterlassung. Unterlassung. Äh. Nein. Nein. Ja. Was hast du? Pistole. Pff. Screw up, Alter. Oh. Ja, erstmal kurz hier zum Lesen wieder. Pausieren. Ach, Moment. Wir sind im Nurses Office. Wie hat das realisiert? Hm. Ich geh da mal rein. Wieder lesen. Pausieren. F. F. Die sehen meine Taschellampe. Dann noch irgendwas. Mad Kit. Das bringt mir nichts, weil ich voll bin. Ich kann auch keins reinschießen, weil ich absolut voll bin. Jo. So ist das. Die laufen da rechts. Nurses Office. Ja, da muss ich auch hin. Äh, ich guck trotzdem mal, ob da irgendwas dran ist. Hä? Au. Sie haben mich. Okay, der hat sich. Der auch. Oh, ups. Ja. Ich hab jetzt keine Ahnung, warum wir in der Tanzanlage machen wollen, aber geholfen hat sie dir jetzt nicht so viel, wie das wirkte. Ich dachte, wir müssen zum Nurses Office, aber der saft doch in die andere Richtung. Naja. Das wollen mich jetzt nicht jucken, ne? Ich geh einfach da lang, wo es saft. Und gucke, was passiert. Hey, Amofus Assault. Schön. Äh? Was war das? Hey, da ist noch so ein Raum, so ein komischer. Soll ich... nochmal im Aufzug fahren? Entscheidend schon. Ich guck mal gerade kurz in die... Okay, hier geht's nicht. Wo konnte man das Missionsziel sehen? Egal. Anscheinend mach ich's richtig. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber ich mach... Das ist anscheinend richtig. Okay. Hier sieht's niedergeschossen aus. Hm. Oh ja. Ich seh ne Menge Feuergefecht hier. Nur... Wem? Und warum? Ach so, ich bin voll. Wum fucking Assault Rifle. Cool. Oh. Eine Brandleiche. Hm. Ja, die nehm ich auch mit. What is that? Ah, Hammerhead. Okay. Tja, Assault Rifle immer noch voll. Den mach ich kaputt. Aus Prinzip. Oh, hey. Das hab ich doch gerade erkannt. Ja. Erstmal direkt Bildschirm einschlagen, um die Melodie zu unterbrechen. Cause I ain't feeling too well with that. Going in the background. Armor acquired. Ich hab jetzt keine Ahnung, wo die lag, aber ich werd mich jetzt auch... Ja, nochmal nicht beschweren. Locked. Hey, Kikar. What the fuck is das? Oh. Okay. Ich geh da mal rein und heb das auf, damit ihr das lesen könnt. Und wieder halt pausieren, ne? Okay. Das hier nehm ich auch mit. Okay. Jetzt nicht mehr so viel, aber trotzdem. Hab ein bisschen Paras. Davor, was zum Fick das ist. Ach, das ist wieder so einer anscheinend. Ja, wieder so einer dann. Der ist, glaub ich, da reingelaufen. Nehme ich recht ins Sinne. Ja, aber da bin ich rausgekommen. Oh, aua. Ui. Okay. Hab ich nicht irgendwo Incendary Grenades? Ich hab auch einen Flammenwerfer, der ist auch gut. Das ist, glaub ich, Incendary, ja. Alter. Das war jetzt aus Reflex mehr als sonst was. Wo ist er denn? Oh. Hey, auf wegzulaufen, du Arschloch, du blödes. Ah, okay, du hast die gerade halt mitgenommen. Dann ist alles gut. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte umschalten. Alter, hör auf. Geh weg. Du gehst auch weg. Du bist nur eine Marionette. Das war nämlich nicht ernst. Was? Was ist das? Was? Was hab ich denn jetzt da grad platziert? Ach, Proximity mine. Äh... Wenn ich wüsste, wo du bist. Ne? Ah, da ist er. Geh weg. Arschloch. Blödes. Hab ich ihn gerade... Das war gerade ein Programmer-Move, wie das aussah. Oh hey, Incendary grenades sind anscheinend hilfreich gegen einen. Gut zu wissen. Und ich hab meine wieder zurück. Ist schön. Ist schön. Ja, das bringt mir immer noch nix. Mad Kids bringen mir auch nix, weil ich praktisch kein Leben verlor. Na, ich hab nur meine ganze Armour verlor. Oh. Hm. Tasty. Alles mit dir? Du bist auch tot. Okay. Gut, gehen wir einfach mal da lang. Kamen wir von da? Oder sollen wir da hin? Ich glaube, wir sollen da... Ja. Ich glaube, wir sollten da hin. Ist schon passend. Oh hey, leben. Anscheinend hab ich doch ein bisschen aufleben. Dingsen. Können. Bla. Okay, dann gehen wir doch... Moment. Teachers Lounge. Ja, weinah nicht. Vielleicht auch schon. Keine Ahnung. Nurses Office stand da wieder. Genau. Dann gehen wir doch einfach mal... Fangen wir einfach mal an den Pfeilen. Richtung Nurses Office, würde ich sagen. Gucken wir mal, was da so rumgammelt. Heldsch full. Registrare Information Service. Hä? Kann mich da nicht... Hm. Nurses Office. Ach, das hier ist das Nurses Office anscheinend. Okay. Kloppe ich erst meinen Computer kaputt. Das ist immer eine gute Idee. Kann ich da irgendwie raus? Ich glaube nicht, aber ich meine... Ich gucke mal, ne? Ne. Da kann ich auch nichts machen. Bom. Bringt mal nichts. Gehen wir euch wieder zurück... ...zu dem Seidbläden Mofi-Store. Und gucken wir mal, wie das Dordom geht. Vielleicht lützt ihr da ja was. Ha! 420. Da ist er ja durchgegangen, oder? Na, bin ich aber auch durchgegangen. Okay, die Musik ist und bleibt gut in dem Spiel einfach. Ich fühle mich immer noch unwohl. Da war das jetzt nicht so der krasseste Gegner oder so. Lass mal kaputt kloppen hier wieder. Gucken, ob es hier sonst noch was gibt. Sieht nicht so... ...aus. Ja. Ne. PC kann ich auch hier kaputt kloppen? Ne. Kann ich hiervon... Ne. Man muss trotzdem immer da durchspringen. Fack. Da hier irgendwas. Hier ist ein System-Dingens... Bla. Sieht aus wie so ein... Wie heißt das? Die Dinger, wo man durchredet. Und dann kommt unten, wenn jemand geklingelt hat... ...die Stimme raus. Ich komme gerade nicht drauf, wie man das normal nennt. Ich bin sehr behindert, glaube ich. Ich finde aber auch gerade nichts. Ich habe keine Ahnung, äh... ...in welche Richtung ich hier weitermachen soll. Registrarer. Wieso nicht... ...Registzip? Kann mir wieder keiner sagen, ne? Ja. Dachte ich mir schon. Was ist hier vielleicht? Kann ich das wegschieben? Nö. Nö. Kann ich das hier aufkloppen? Sieht nicht so aus. Oh. Ich war nur nie nah genug an den Aufzugstüren. Halma. Okay. Der Aufzug ist gefallen. Aber hey, ich kann einen Stockberg tiefer. Ah, Nurse's Office. Das ist nochmal ein Pfeil. Hm? Ist das in jedem Stockberg, oder was? Na, Nurse's Office. Becken, I've got a clear window back to the APC. I'm gonna take it. Keegan's doing a little better, but he's still two out of it to fight. Stokes out. Okay. Gibt's hier irgendwo noch so ein bisschen Health, was rumliegen würde? Weil ich hab ein bisschen Health verloren. Ich glaube, durch Alma. Hab jetzt nicht aufgepasst, ehrlicherweise, wo es herkam. Äh, da war doch hier Nurse's Office. Okay, ja. Ich hab die Keycard. Ja, äh, das ging schnell, weil ich die Keycard direkt mitgenommen hab, Leute. Oh. Unterlassung. Hm. Wie kriegt man eine Granate hier? Okay, war eine Proximity mine. Hat euch beide weggefickt. Und die Lampe von der Decke geholt. Nice. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem mal Z. Weil ich hab das Leben lieber voll. Äh, da hätte ich mir das Leben wiederholen können. Hier, dummen Fotzen. Können wir es nicht vorher fallen lassen, ey. Was los mit euch? Ah, geil. Ich krieg sogar Armor wieder. Ey, da liegt wieder irgendwas rum, was man lesen kann. Zack, zack. So geht's weiter. Da ist eine Kamera. Die können ihn nicht bedienen, leider. Auch nicht umschlagen, wie so aussieht. Das ist bad, Willy. Is he gone? Mach doch keine Radio Checks. Check out that noise. Hey. Du brennst, Bruder. Oh hey, da ist noch mehr. Das Prolog. Wer es lesen möchte, muss halt immer zu den richtigen Zeitpunkten pausieren, nicht? Ich will das, ich will den Bildschirm. Danke. Okay. Haha. War nur mit dem Highkick ausgeschaltet, oder? Wenn dann richtig. So, danke. Object completed. Lock it. Nurse's Office. So, ich jetzt... Was? I did not expect that to happen. Oh. Und es geht direkt in die nächste Area weiter. Okay. Press leer to continue. Find Snake first. Okay. Hm. Gut zu wissen. Danke. Sieht cool aus hier. Würde ich wohnen. Okay. 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 Lass mich denn doch wuscheln. Okay. Das ist eine gute Menge an Faith, die er hat. Oh. Oh, still, still. Okay. The password is, uh, Snakefist. Alright, Lockdown. Oh, shit. It must be you, that just overrode the processing area terminal. Ja. Hey, the cavalry is here. What's that? Au. Da sind sie. Look out of the house, yeah. Okay, das war dann ein Clou, aber erst mal muss ich die Leute, die mich hier abschießen, wegballern. Oh Gott, Z. Dringlich. Da ist er. Oh, oh. Ich glaube, oh Gott. Yep. Aschlöcher. Hier, ihr kriegt auch eine. Nee, das wollte ich nicht machen. Das hier wollte ich machen. Okay. Der ist hinüber. Der kann man auch mal ein bisschen näher kommen. Da nehme ich auch hinüber. Sieht so aus, dass werden die jetzt erst mal erledigt. Nein. Ich habe mich geirrt. Okay. Sehr gut. Da kommen noch mehr. Halleluja. Gut, aber an der Stelle brenne ich da erst mal im Part, weil ich glaube, die kommen dann noch eine Weile. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.